Ich möchte euch einladen zu meiner neuen Challenge zum Thema Selbstbewusstsein. Eine Woche lang, vier Videos, ganz kleine, klitzekleine Aufgaben für euch, so ein bisschen, um reinzufühlen und alles rund um die Themen Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Intuition bzw. Bauchgefühl. Die Videos, die wird es hier auf YouTube geben und ich freue mich sehr auf einen regen Austausch mit euch. Und wenn ihr mögt, dann schickt dieses Video doch jetzt an eure Freundin, um sie einzuladen, mitzumachen. Für wen ist diese Challenge geeignet? Hast du vielleicht wenig Selbstvertrauen im Umgang mit anderen Menschen? Kannst du dich nicht freimachen von der Meinung anderer? Kannst du deinen Körper nicht so annehmen, wie er ist? Und hast du keine Ahnung, wo dein Bauchgefühl geblieben ist? Dann werde ich dir bei dieser Challenge erste Impulse geben zu mehr Selbstvertrauen. Zu mehr Selbstbewusstsein. Du wirst wieder lernen, auf deine Intuition zu hören. Du wirst dich selbst besser kennen und lieben lernen. Und du wirst mehr Sicherheit und Abgrenzung erfahren gegenüber anderen Menschen. Die Themen der einzelnen Videos werden sein, erstens, selbstbewusst, auch in schwierigen Situationen. Zweitens, Bauchgefühl. Was ist das eigentlich? Als drittes Video gibt es dann ein wundervolles Interview mit Selbstbewusstseinscoach Laura. Und als viertes werden wir darüber sprechen und das habt ihr euch vierfach in letzter Zeit gewünscht, wie man selbstbewusste Kinder erzieht. Also, wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Dann gebt diesem Video gerne schon mal einen Daumen hoch und schreibt in die Kommentare, dass ihr so richtig Bock habt auf die nächste Woche. Und teilt das Video, wie gesagt, gerne mit euren Freunden. Das ist super einfach, kann man über WhatsApp teilen. Und ladet sie gerne dazu ein, hier mitzumachen. Ich freue mich auf euch und bis ganz bald. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Vielen Dank.